Glück auf meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zur Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert-Henig, Sitz und Techner. Heute geht es um das Thema Erbengemeinschaft. Verabredet habe ich mich dazu mit Herrn Sitz. Er beschäftigt sich mit Erbangelegenheiten. Herr Sitz, wir hatten schon mal über Erbengemeinschaften gesprochen, das weiß ich, aber wieso kommt es denn eigentlich so oft zu Streitigkeiten, gerade in so einem Fall? Die Erbengemeinschaft besteht ja meistens aus mehreren Personen und da spielt es natürlich eine Rolle, dass die Interessen dieser Personen ganz verschieden sein können. Weiterhin kommt dazu, dass auch oft moralische Aspekte eine Rolle spielen oder meinen, eine Rolle spielen zu sollen. Und dann haben wir natürlich auch noch die sogenannten Schwiegerkinder, die manchmal versuchen eben auch letztlich Maximalforderungen durchzusetzen. Herr Rechtsanwalt, welche Möglichkeiten gibt es denn, dem vorzubeugen und den Familienfrieden einfach zu erhalten? Da bieten sich prinzipiell zwei Möglichkeiten an. Zum einen natürlich die Erstellung eines Testaments, wobei dann letztlich in dem Testament durch Anordnung von Testamentsvollstreckung, von Auflagen, von Teilungsanordnungen gewisse Details schon geregelt werden können, damit entsprechender Streit erst gar nicht entsteht. Eine weitere Möglichkeit ist auch die Übertragung von einzelnen Gegenständen oder Regelung von Vermögensangelegenheiten durch die sogenannte vorweggenommene Erbfolge. Das ist alles sehr theoretisch. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, wenn ein Ehepaar drei Kinder hat, das Ehepaar hat ein Haus und ein kleineres Sparvermögen, dann ist bei der Erbengemeinschaft, wenn sie also kein Testament machen und letztlich auch nichts regeln, ist es so, dass alle drei Kinder im Falle des Versterbens bei der Eltern das Haus quasi erben und sich dann auseinandersetzen müssen, was mit dem Haus passiert. Wenn ein Kind viel im Ausland ist, ein weiteres vielleicht bereits ein Haus hat und das dritte gern einziehen möchte, dann sieht man hier schon, dass es diametrale Interessen gibt. Bei der vorweggenommenen Erbfolge zum Beispiel haben die Eltern die Möglichkeit, die Kinder zusammenzunehmen, zu sagen, der, der noch kein Haus hat, soll das Haus übernehmen. Den Verkehrswert kann man dann durch Einräumung von Wohnungsrechten oder Pflegevereinbarungen etwas mindern und es besteht die Möglichkeit, dass dann von dem geringen Sparvermögen vielleicht die Kinder, die beiden weichenden Kinder sofort in kleineren Betrag behalten, sodass dann letztlich auch alle mit dieser Lösung einverstanden sind. Herr Rechtsanwalt, ich merke schon, also anwaltlicher Rat ist hier schon wichtig, oder? Ich denke auch, dass letztlich gerade vorbeugend man sich mit dieser Sache beschäftigen soll, um letztlich auch sicherzugehen, dass im Falle des Ablebens nicht ein Streit unter den Kindern ausbricht. Herr Rechtsanwalt, vielen Dank für diese vielen Informationen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, weitere Fragen zum Thema Erbrecht haben, dann sind Sie hier bei Herrn Sitz in der Rechtsanwaltskanzlei Eckertänich Sitz und Techner mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen, gerne per Post in die Fabrikstraße 5 in Brand-Erbesdorf oder gerne auch per elektronischer Post per E-Mail unter info at kanal9-erzgebirge.de.